Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Zugsführer Lisa Hauser, Österreichs erfolgreichste Biathletin. Liebe Lisa, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Das war ja ein unglaublicher Winter, den du gefeiert hast. Du hast die Saison schon super angefangen und du hast dann von Wochenende zu Wochenende, von Rennen zu Rennen dich gesteigert, mit dem großen Highlight Weltmeisterin werden. Wie schaust du zurück auf diese wahnsinnige Saison? Ja, es ist unglaublich, was in den letzten Monaten bei mir abgespielt hat. Es war der Dezember eigentlich schon nicht schlecht. Ich habe am Skistand ein bisschen Troubles gehabt, aber dann hat mir jemand gemeint, es geht nicht besser, weil es immer besser war. Und es ist immer noch der größere Erfolg gekommen. Es war irgendwie immer der Aufsteig in der Ast und das war irgendwie richtig cool. Und für das arbeitet man immer so hart und konsequent daran, dass man das irgendwann erreichen darf. Und mir ist es bei der Weltmeisterschaft mit der Goldmedaille gelungen. Und das war halt dann schon sehr sensationell. Hast du das Gefühl, dass die Goldmedaille auch möglich gewesen ist, weil du eben im Verlauf der Weltmeisterschaft schon so erfolgreich warst, vielleicht auch Druck abgefallen ist, man hat sozusagen sein Soll schon erfüllt und alles andere ist nur Draufgabe? Oder wächst dann der Druck, weil die Erwartungshaltung wächst, weil sich jetzt plötzlich alle erwarten, dass sie super drauf, das heißt, das kann was werden? Also kriegst du das mit als Sportlerin, wenn man da bei der Weltmeisterschaft ist? Oder sind das Dinge, die dich gar nicht beschäftigt haben? Man kriegt es während der Weltmeisterschaft natürlich schon mit, dass von außen schon viele Kommentare, sage ich mal, kommen, dass Medaille erwartet werden. Für mich war das schon ein sehr großer Druck vor der Weltmeisterschaft, dort hinzukommen, nochmal in den Weltcup-Sieg bei der Weltcup davor. Und es ist erwartet worden, dass ich eine Medaille erhole und jeder hat gesagt, es ist möglich, die Lisa kann das, aber man muss da wirklich einfach einen perfekten Tag haben. Die Dichte im Biertlohn bei den Damen und bei den Herren ist so verdammt dicht und eng, dass es einfach, man braucht einen perfekten Tag, dass man eine Medaille macht. Man braucht wahrscheinlich dann auch das einzelne Glück, was dann nicht jede Athletin hat. Weil wenn man da manche Athletinnen anschaut, die genauso für ein Podium immer die Leistung eigentlich hätten, und man einfach an dem Tag nie genau zusammenpasst hat, sei es, ob es ein Ski ist, ob es ein paar Sekunden am Skistand sind, ob es eine Strafrunde ist, wenn ich einfach nicht alles zusammenpasst. Und mir ist es jetzt einfach vergönnt geworden, dass ich einfach mal ganz oben stehen darf. Und ja, es ist dann schon natürlich mit der ersten Medaille in der Mixstaffel, einige sind den Druck weggefallen, weil jeder gesagt hat, okay Lisa, du hast deine Medaille, die, was jeder erwartet hat. Und jetzt kannst du eigentlich Lücke in die Rennen starten, aber trotzdem macht man sich dann ja auch einen Druck, erlegt man sich ein Ziel auf. Ich war jetzt auch nicht irgendwie ganz zufrieden. Sicher war die Silbermedaille wunderschön, aber irgendwie weiß man ja doch, was man drauf hat und man will die Leistung auch zeigen. Und ja, im Verfolgungsbewerb, das dann da auch schon funktioniert, mit der Silbermedaille war für mich sensationell. Und ab dem Zeitpunkt war dann wirklich für mich, was bei der Weltmeisterschaft noch gekommen war, dann drauf gehabt. Also das habe ich dann für mich selber so anerkannt. Und ja, es ist dann auch zum Schluss noch gegründet worden. Du hast jetzt auch angesprochen, dass man selber eben diesen Druck hat und man merkt ja und man kriegt ja immer mit, es läuft, es geht, ich bin gut drauf, ich kann das. Aber gleichzeitig wächst da ja auch die innere Erwartungshaltung und du hast auch angesprochen, dass es eben der perfekte Tag sein muss. Was hat denn diesen Tag, wo du im Massenstadt die Goldmedaille gemacht hast, so perfekt gemacht? Was hat alles funktioniert, was vielleicht an anderen Tagen nicht immer 100% funktioniert hat? Ich muss sagen, ich habe mich von Anfang an recht gut gefühlt auf der Läupe. Ich bin zwar in der ersten Runde, wenn da 30 Mädels auf einmal in die Runde gehen, gibt es da relativ viele Komplikationen. Die Ahre steigt, die Ahre auf den Ski, die Ahre auf den Stecken, die Ahre schmeißt es vor dir bergauf. Das waren so Sachen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin da ein bisschen vom Pech verfolgt worden, weil ich in jede Komplikation, die es gerade gegeben hat, bin ich irgendwie reingekommen und habe da irgendwie auf der ersten Runde, ich glaube, ich bin als 25. zum Skierstand hingekommen, obwohl ich mit Start Nummer 4 vorne weggelaufen bin. Also habe da einfach viele Plätze verloren, auch viel Wert verloren als die Kunden. Und ich glaube, von dem Zeitpunkt dann hat es dann für mich einfach geheißen, jetzt musst du konsequent an einem Skierstand arbeiten. Ich habe mich gut gefühlt auf der Läupe, habe da wirklich auch viel Führungsarbeit geleistet, weil ich zu dem Zeitpunkt besser drauf war als die anderen Athletinnen und es hat dann einfach Spaß gemacht auf der Läupe. Es war ein Rennen, wo man wirklich sagt, die Quälerei macht Spaß. Das kann man nicht einmal sagen. Das ist ja fast unverständlich, wenn man da hört, was ihr da leisten müsst als Biathleten und dass du dann sagst, die Quälerei macht einem in dem Moment Spaß. Kannst du auch sagen, dass du da vielleicht auch in diesem berühmt-berüchtigten Flow-Zustand gekommen bist, wo dann einfach jeder Zug langsam passt, jeder Schritt passt, wo du merkst, okay, jetzt funktioniert es. Ja, es waren dann so viele Faktoren. Ich habe mich selber gar gefühlt. Ich habe gute Ski unter meine Füße gehabt. Das sind alles so Faktoren, wo sie sagen, wow, geht der Ski dahin, das ist richtig cool zum Laufen. Das gibt dann natürlich zusätzlich Motivation. Und mir ist es vergönnt geworden, dass ich einfach auf die Schlussrunde gegangen bin und schon einen sehr großen und respektablen Vorsprung gehabt habe. Und ich von mir aus eigentlich schon gewusst habe, wenn jetzt nicht irgendwie was Großartiges schiefläuft, dann kann ich die Runde genießen. Und das war vor allem auf dem letzten Teil dann der Strecke schon richtig schön für mich, dass ich gewusst habe. Und jetzt laufe ich dann als erstes ins Ziel und kann das Ganze genießen. Wahnsinnigen Respekt davor, weil ich würde mir wahrscheinlich denken, so jetzt nichts falsch mache, jetzt nichts falsch machen und dann passiert es und dann mache ich es falsch. Also ich hätte das wahrscheinlich so nicht hinbekommen. Ja, es war nicht immer so leicht, weil bei der Woche zuvor, bei der Mixstaffel Medaille, da war ich auch Schlussläuferin. Und da war wirklich auf meiner Schlussrunde so, ich habe gewusst, ich habe zwei Mädels im Nacken, die sind nicht so weit weg. Und ich habe mich da so verdammt schwer getan. Also das war das erste Mal, dass ich in so einer großen Drucksituation war und dass ich die Medaille heimbringe oder nicht. Und dann war es ein Teambewerb auch noch, das war zusätzlich irgendwie ein bisschen, wo man mehr nervös ist, weil man einfach weiß, es ist nicht nur mein Rennen, was ich jetzt versauere oder gut machen kann, sondern es sind da drei andere Athleten und Athletinnen mit dabei. Und das war wirklich eine Schlussrunde, wo man irgendwie denkt, ich will mir gleich mal wieder vergessen, weil man einfach, man wird dann so unsicher, ich bin fast nicht mehr am Ski da standen, weil irgendwie vom Kopf her die mentale Stärke da gerade nicht da war, dass ich weiß, ich kann das. Es ist zum Glück ausgegangen, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Schlussrunde geworden für mich. Also ist die Dynamik da auch, wenn man weiß, da hängen andere dran, da sind andere Leute, die auch ihr Bestes gegeben haben und wenn es mir passieren sollte, dass ich jetzt verhaue. Also das ist auch ein Faktor, der sich dann im Kopf mit abspielt. Also volle, also das in der Staffel, in der Mix-Staffel. Ich war wirklich das erste Mal in der Situation und der Landi, also der Landerdinger Dominik, der was oft bei den Herrenstaffeln Schlussläufer war, der hat das öfter erleben müssen dürfen, je nachdem, wie man es sieht. Weil wenn man dann die Medaille heimhält, ist das natürlich der schönste Moment, wenn es du Schlussläufst, wenn du zuläufst und deine drei Kollegen stehen im Zü und freuen sich voller mit dir. Aber vom Druck her ist so eine Situation noch einmal viel, viel schlimmer wie ein Inselrennen, ja. Die Schlagzeilen hat man wahrscheinlich sowieso, also wenn es klappt, als Läufer einlaufen, aber wenn es nicht klappt, hat man genauso dann die Schlagzeilen, die das dann auch bekritteln. Auf jeden Fall, es ist dir in deiner Schlussrunde im Einzel-, also im Masterstadt dann auch gelungen. Und du hast Geschichte geschrieben. Du bist die erste österreichische Biathletin überhaupt, die eine Goldmedaille gewonnen hat bei einer Weltmeisterschaft. Was bedeutet dir das? Ja, das ist unglaublich, gell. Also für mich ist so ein großer Traum, sage ich auch mal, in Erfüllung gegangen, ein großes Ziel erreicht worden. Was das dann wirklich bedeutet, ich selber kann das nicht so sagen, aber wenn man jetzt so mitgekriegt hat, dass es ist ja 1984 einmal schon ein Großmedaille gewonnen worden von Andrea Grosecker bei einer Damen in Biedl und Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt jedes Jahr, wo wir eine Weltmeisterschaft gehabt haben, wieder erwähnt worden und wieder die Geschichte erzählt worden. Und ich denke mir, jetzt ist einmal Gold gefunden worden im österreichischen Biedl und Sport bei den Damen. Und ich glaube, das wird jetzt auch 50 Jahre lang erzählt werden. Damals war die Hauser Lisa, die was einmal Gold gefunden hat. Und jedes Jahr wird die Geschichte wieder aufgeworben. Und das ist dann schon irgendwie cool. Ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, dass dann auch von deinen weiteren Goldmedaillen, die folgen werden, berichtet wird und erzählt wird. Du hast jetzt vorher angesprochen, dass Dominik Landantiger, ehemaliger Heeresportler, auch oft in dieser Situation war. Ihr trainiert ja auch alle gemeinsam im Stützpunkt in Hochfilzen. Das ist ja das Biathlon-Mekka. Kann man sich da auch was abschauen, Lernen von diesen schwierigen mentalen Situationen, von diesen Belastungen, wie die anderen das lösen? Gibt das da einen Austausch, ein Miteinander? Genau, also in Hochfilz war bei uns eigentlich tagtäglich trainiert. Das ist wirklich unsere Trainingsstätte, wo unsere Erfolge geschmiedet werden, sage ich mal. Und mittlerweile ist der Lande nicht mehr. Ich habe mit dem Lande sehr viel Kontakt gehabt, habe mit ihm trainiert und war ein Jahr sogar mit ihm in der Trainingsgruppe. Und da wird natürlich sehr viel austauscht, wie sie das machen. Die Männer sind da doch immer große Vorbilder, wie man taktisch besser laufen kann, wie man technisch besser laufen kann. Am Skistand haben sie mir auch ein bisschen fahren können. Von dem her war es aber ein recht großer Spaß. Es wird natürlich schon sehr austauscht, wie der Lande das gemacht hat. Und ich habe Lande dann heuer einmal mit ihm telefoniert und habe gesagt, okay Lande, was du da früher ihm abgeliefert hast bei den Staffeln, und da als Schlussläufer eine Medaille zu holen. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Und das ist ein enormer Druck. Das heißt, ein gegenseitiges Lernen ist da. Ich frage mich immer gerne, was denn die Herren von euch Damen in so einem Team alles lernen können. Was könnt ihr einbringen, wo die Herren dann noch was abschauen können von euch? Ich sage mal, ich war ja ein Jahr mit den Herren in der Trainingsgruppe. Und da war es wirklich so, dass wir am Skistand sich wirklich fahren haben können, weil wir da wirklich auf einem Niveau waren. Aber trotzdem, ich glaube einfach auch, ist das schon ein bisschen Abwechslung, wenn man eine Trainingsgruppe hat, wo man vielleicht gemischt ist, wo Männer und Frauen zusammen trainieren, weil es die Männer doch auch manchmal in so einen Trott rein kommen, wo immer noch Blödsinn gequatscht wird. Und bei uns dann vielleicht auch oft zu viel in eine Richtung geht. Wenn man das ein bisschen durchmischt, lockert das Ganze alles ein bisschen auf. Ich bin zwar jetzt den letzten Sommer in einer Damen-Trainingsgruppe gewesen, aber jetzt im Winter sind wir ja Gott sei Dank immer mit den Herren am Weg. Und da durchmischt sich das Ganze ja wieder. Und das bringt dann auch wieder lockere Stimmung. Machen wir jetzt einen Blick an den Beginn dieser so erfolgreichen Saison. Und der beginnt mit einer schwierigen Situation für die gesamte Welt. Ich habe auch schon mit vielen Sportlerinnen und Sportlern geredet, wie sie die Pandemie-Phase erlebt haben, die Maßnahmen, die Ungewissheit, all diese Dinge, die so plötzlich da waren. Euch im Wintersport hat es ja in dem Sinne am Ende einer Saison erwischt und ihr konntet dann off-season sozusagen in die ganze ungewisse Zeit gehen. Wie hast du damals den Beginn erlebt? Ihr wart ja schon am Ende der Saison 2020. Genau, also ich muss jetzt wirklich sagen, uns oder mir als Wintersportlerin hat es nicht ganz so hart getroffen. Also wir haben zwar letztes Jahr schon ein sehr abruptes Ende gehabt. Der letzte Weltcup hat nicht mehr stattgefunden und den Weltcup davor sind wir Österreicher einen Tag vor dem letzten Rennen hingeflungen. Also ich habe in der ganzen Saison letztes Jahr einen verpasst. Während dem Lockdown dann im April, während dem strengen Lockdown, war das dann für mich eigentlich eine recht angenehme Situation, weil für mich ist das Story-Off-Season, da steht Erholung im Vordergrund. Und von dem her war ich da einfach die ganze Zeit daheim und war für mich wirklich eine Zeit mehr zum Abschalten, eine Zeit zum Erholen und habe mir auch gut getan, glaube ich. Also für mich war das wirklich halb so schlimm, würde ich mal sagen. Dann ab Mai haben wir wieder den Leistungssport ausüben dürfen, wo bei uns die normale Trainingsphase wieder losgeht. Also ich habe so jetzt, was Corona bedingt, eigentlich nicht viel verloren, was das Training betrifft. Heuer natürlich waren ein paar Maßnahmen, was wir erfüllen haben müssen, aber prinzipiell sind wir sehr dankbar und froh darüber, dass wir gerade die ganzen Rennen jetzt den ganzen Winter lang so machen haben können, wie das der Plan gewesen wäre. Also das war, man hat sicher Verschiebungen gegeben, wir haben Doppelstationen gehabt, wir waren nicht in Peking bei der Vorpremiere für die Olympia und so, aber prinzipiell haben wir alle Rennen machen können und das war nicht selbstverständlich und ich war natürlich sehr froh darüber, dass es bei uns so funktioniert hat und sind sehr dankbar, dass das heuer stattgefunden hat. Ich glaube, das ganze Land ist froh, dass deine Rennen so stattfinden konnten, sonst hätten wir deine Leistungen ja nicht erleben dürfen. Du hast jetzt gesagt, dass du eben die Zeit auch gut nutzen konntest. Jetzt stelle ich nochmal eine wilde Theorie in den Raum, da kannst du mir natürlich auch sagen, dass es ein vollkommener Blödsinn ist, und kann es vielleicht auch sein, dass das als Grundstein, als Basis, als Fundament für diese so erfolgreiche Saison, diese Monate, wo halt alles ein bisschen runtergefahren war, pandemiebedingt, dass dir das vielleicht auch gut getan hat? Ja, wer weiß. Also ich muss wirklich sagen, so wie es im April bei uns ist, wo es wirklich einmal heißt, vor dem Abschalten, alles erholen, wieder die ganzen Körperfunktionen irgendwie wieder aufbauen, weil man einfach oft, der Körper nicht mehr die Zeit gehabt hat zum Erholen. Und man hat da keine terminlichen Verpflichtungen gehabt. Und vielleicht war das heuer dann einfach ein Vorteil, was jetzt mich betroffen hat, dass ich dann wieder fitter in die neue Saison starten habe können mit dem Training. Unabhängig jetzt auch davon, glaube ich, was bei uns vielleicht auch springender Punkt war, durch das, dass hygienische Maßnahmen so publik gemacht worden sind, mit viel Händewaschen, Aufpassen, mit Masken tragen, dann auch im Winter jetzt, dass jeder immer geschaut hat, dass er gesund bleibt. Das war für uns eigentlich positiv, muss ich sagen, weil bei uns Ausdauersportler das Thema Gesundheit sehr wichtig war, weil sobald ich das Kratzeln gehabt habe, hat man eigentlich nicht mehr die hundertprozentige Leistung abgerufen können, was man beim Wöckerbrennen braucht. Und ich habe da eigentlich nicht starten gebraucht, weil erstens ist es für die Gesundheit nicht gut und zweit, ich wusste, man kann keine gute Leistung bringen. Und von denen her waren die ganzen Maßnahmen, was wir heuer gehabt haben, mit Masken tragen, Händen desinfizieren. Wir Sportler selber haben ja immer schon sehr, sehr auf das geachtet. Für uns war das jetzt nicht der große Unterschied. Wenn ich in mein Zimmer zurückgekommen bin, war das Händewaschen nicht mehr das Erste, was ich gemacht habe. Aber ein Vorteil war dann für uns Sportler dann schon, dass die Leute um uns herum einfach viel mehr aufpasst haben. Und man hat das jetzt durch die Bank gesehen, dass bei uns im Team viel, viel weniger Verküllungen waren und damit halt auch bessere Ergebnisse, sage ich mal. Das heißt doch da, wenn man sich traut, einmal auf das Schwierige und auf das vermeintlich Schlechte vielleicht trotzdem etwas Gutes rauszunehmen. Also das ist ein Learning, finde ich, sehr spannender Aspekt. Ich glaube, da können viele andere auch aus anderen Sportarten Ähnliches berichten. Wie schaut jetzt deine Off-Season für die nächsten Wochen aus, nach dieser so erfolgreichen Saison und vor allem mit dem Blick nächstes Jahr Olympische Spiele Peking? Also wie wirst du deine Off-Season jetzt gestalten? Ja, also bei uns ist ja wirklich eigentlich nur der April, da wollen wir mal wirklich fast einen Monat frei haben und kein Training stattfindet. Aber nach meiner Heilig-Saison haben sie relativ viele Türen aufgeteilt mit Interviews, nicht Veranstaltungen, aber mit Terminen, was man als Sportlerin dann einhalten muss. Von dem her habe ich bis jetzt relativ viel zum Tag gehabt, relativ viel Stress gehabt. Aber ich glaube, die nächsten zwei Wochen wird das Ganze noch ein bisschen ruhiger. Und da werde ich wirklich einfach auch die Zeit zu Hause einmal genießen, weil meine Tochter im Winter früh am Weg ist. Meine Eltern wieder einmal, weil das ist immer ein bisschen schwierig geworden heuer, weil ich einfach meine Eltern und meine Family einfach auch so wenig gesehen habe, bewusst auch nicht gesehen habe. Eben durch das blöde Thema Corona, dass man einfach bewusst geschaut hat, dass man sich gar nicht trifft, wenn ich heimkomme, weil es einfach zu gefährlich war, dass ich da irgendwie in Quarantäne müsste oder so. Und die Zeit werde ich jetzt dann einfach nutzen, dass ich wieder einmal auch zu meinen Omas komme, die besuche und vielleicht ein paar Freunde, weil ich die einfach den ganzen Winter eigentlich fast nicht gesehen habe. Aber das klingt auf jeden Fall, als würdest du wieder so einen guten Grundstein legen für eine erfolgreiche Saison nächstes Jahr. Ich finde es sehr spannend, diese permanente Vorsicht und so viele Dinge, die man jetzt mitbedenken muss, damit man ja nicht irgendwo als K1-Kontakt in Quarantäne muss, weil man übermorgen auf Wettkampf muss, auch wenn man selbst nichts hätte. Also das sind ganz viele neue Aspekte, die man als Spitzensportlerin und Spitzensportler neu mitdenken muss. Jetzt, du warst schon zweimal bei Olympia dabei, noch undekoriert. Wie gehst du in das nächste Jahr Peking, Olympische Spiele? Ich meine, von der Wartungshaltung, der Druck von externen ist wahrscheinlich enorm. Wie schaut es bei dir drinnen aus, wenn du an Peking denkst? Ja, ich war eigentlich schon in Sochi dabei, in Pyeongchang dabei. So fühle ich mich noch gar nicht, dass das jetzt eigentlich dann schon die dritte Olympiade ist. Aber ich freue mich drauf. Also war in Sochi damals als junge Athletin dabei und habe auch damals schon gute Ergebnisse erreichen können für das Alter. In Pyeongchang wäre ich eigentlich schon eine Stufe höher geworden, aber habe da einfach keine gute Leistung abrufen können. Habe auch mit dem Skierstand ein bisschen zu kämpfen gehabt und es war auch viel Wind. Und von dem her habe ich da noch, sage ich mal, zumindest eine kleine Rechnung ein bisschen auf, was Olympia betrifft. Es ist natürlich sehr spannend, weil es nur alle vier Jahre ist und immer ein sehr besonderes Erlebnis, auch was die letzten zwei Olympiaden betrifft, weiß ich immer sehr, eigentlich habe ich überall Geschichten zu erzählen. Und ja, prinzipiell an der Vorbereitung werde ich jetzt nicht viel anders machen. Also ich habe gewusst oder ich habe gesehen, dass es jetzt heuer funktioniert hat, dass die Leistung heuer gepasst hat und werde jetzt da vor Olympia deswegen nicht etwas Großartiges umstellen. Also wenn ich auf dem Level bleibe, wo ich heuer war, was das Läuferische betrifft, dann kann ich schon sehr, sehr happy sein, weil man kann sich nicht jedes Jahr so einen Schritt meinen, dass man macht, wie es heuer der Fall war. Und von dem her freue ich mich drauf. Ich werde konsequent drüber arbeiten, was das Training betrifft im Sommer, auch wenn es manchmal hart werden wird. Das ist mir jetzt schon bewusst. Aber ich freue mich drauf und mal schauen, was dann rauskommt. Also noch keine Zielvorgabe. Ich meine, es ist noch lang bis dorthin, aber wir wissen auf jeden Fall, was du erreichen möchtest, um die Rechnung zu begleichen, die noch offen ist. Du hast jetzt auch gesagt, eben Vertrauen, ein bisschen den eingeschlagenen Weg jetzt nicht nochmal abändern, sondern weitermachen. Zweimal bei Olympia dabei sein. Du hast auch Pyeongchang angesprochen, wo es dann nicht so gut geklappt hat. Und auch sportlich hast du schon einiges erlebt, wo es nicht immer so gut gelaufen ist. Wie gehst du dann in diesen Momenten, wo negative Dinge passieren, wo es nicht läuft, wo man vielleicht keine Antworten hat, keine Erklärungen, warum es gerade nicht funktioniert. Wie bleibst du da trotzdem dran? Wie bleibst du trotzdem mental stark? Ja, ich habe natürlich auch viel schlechter Rennen dabei gehabt. Man muss sagen, mittlerweile verkraftet man schlechte Resultate irgendwie anders und besser als Jugendlicher. Ich kann mich noch erinnern, als ich jung war und habe ein schlechtes Rennen dabei gehabt, da habe ich fast jedes Mal gekriegt danach. Das ist jetzt nicht mehr so oft der Fall. Aber es gibt schon Rennen, wo ich dann sehr unzufrieden bin mit meiner Leistung. Ich bin da oft eine, was schon eine Zeit lang braucht zum Nachgröbeln, was mich eine Zeit lang oft ärgert. Aber trotzdem ist ein Biathlon, muss man auch sagen, eine Sportart, wo es wirklich auch oft am nächsten Tag ganz anders ausschauen kann. Durch das, dass die Schießkomponente doch sehr abhängig ist, ob man ein gutes Ergebnis macht oder nicht, kann das am nächsten Tag eigentlich schon ganz anders ausschauen. und von dem her heißt es da schon oft, probieren, optimistisch zu bleiben. Das ist aber nicht immer einfach. Also das ist ja das Schwierige gerade. Nein, ich bin auch nicht immer optimistisch. Das stimmt. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben als Sportler, aber auch als Mensch, dass man in diesen Momenten dann, wenn man da sein muss, wenn man trotzdem nach vorne schauen muss, wenn man sich eben nicht aufhalten lassen darf, auch wirklich viel abrufen muss von den Learnings aus dem Leben, gar nicht nur als Sportler. Ich weiß auch, dass du in deinem eigenen Leben auch schon schwierige Momente hattest aus dem persönlichen Umfeld, wo sicher nicht einfach war, da trotzdem den Fokus auf dem Sport zu behalten. Kannst du jetzt rückblickend sagen, dass genau solche Dinge einen dann auch stärker machen oder vielleicht die Perspektive ändern und das einem hilft, um im Sportlerleben und als Mensch dann trotzdem optimistisch zu bleiben? Ja, ich glaube schon. Also wenn man mal sieht, dass abseits des Sports auch noch ein Leben ist, wir als Sportler, wir sind die immer in uns eigenen Welt und meinten Medaille und Erfolg, das ist alles. Und es ist auch eigentlich in der Wirklichkeit nicht so. Man muss das manchmal schon bewusst sagen, dass es uns Sportler dann einfach gut geht. Wir dürfen unsere Leidenschaft ausleben. Wir dürfen unseren Sport nachgehen, dem, was wir so gern tun. Und das ist nicht selbstverständlich. Und durch das, dass es doch im 2017 eine schwere Zeit war für meine ganze Familie, dass einfach abseits in der Familie einfach Unfälle waren, was zum Glück mittlerweile alle wieder gut geworden sind und alle wieder gesund sind, hat man da trotzdem ein bisschen einen Perspektivenwechsel gekriegt. Dass eben, ja, Medaille nicht alles ist, Erfolg nicht alles ist. Für mich war das schon eine sehr schwere Zeit. Mich hat das Training gegeben einfach auch nicht mehr interessiert. Weil es hat damals auch jeder verstanden. Es war eine volle Unterstützung von meinen Trainern auch da. wofür ich sehr dankbar bin. Aber damals war es Sport einfach nebensächlich und nicht mehr das Wichtigste. Und seitdem, glaube ich, kann man oder kann ich vielleicht mit schlechten Ergebnissen vielleicht auch besser umgehen. Das ist auch da. Auf lange Sicht, Gott sei Dank, alles wieder gut, aber auf lange Sicht auch viel mitnehmen können aus den schwierigen Momenten, die vielleicht auch ein Grundstein sind, dass es jetzt auch so gut funktioniert. Und das Training, du hast es auch angesprochen, dass du dann auch erfolgreich wieder aufgenommen hast und sich auszahlt anscheinend. Und vor allem das Training stelle ich mir wahnsinnig kompliziert und hart vor, weil eure Disziplinen ja auch so verschieden sind. Also verschiedene Distanzen und verschiedene Aspekte, die dann in den einzelnen Disziplinen eine Rolle spielen. Kannst du da sagen, was du da am liebsten hast oder geht das gar nicht als Biathletin? Natürlich hat jeder seine Lieblingsdisziplinen. Es sind ja bei uns Bewerber dabei, wo man viermal schießt oder wo man zweimal schießt, Staffelbewerber dabei, was für die Zuschauer oft sehr spannend ist, was für uns auch cool ist zum Laufen, weil es für das Team ganz gut ist. Ich persönlich habe jetzt nicht wirklich eine Vorliebe, sage ich mal. Natürlich sind die Bewerbe mit Firmen schießen wie ein Massenstart oder ein Verfolgungsbewerb laufe ich persönlich ganz gern. Das Einzelne ist schon wieder ein bisschen zack eigentlich, weil es einfach 15 Kilometer sind und das einfach echt recht lang ist und anspruchsvoll. Aber ich sage, weil zack kann ich jetzt reinen werden. Das ist, wie man es so gestaltet oder so. Eine richtige Vorliebe weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt so zurückdenkt, ich habe das dann erst im Nachhinein eigentlich einmal überrissen, dass ich in allen Einzeldisziplinen, also was Massenstart, Einzelverfolgung, Sprint betrifft, überall schon eine Podiumsplatzierung. Also kann man jetzt nicht sagen, dass ich in irgendeinem Bewerb eine gewisse Vorliebe hätte. Und wir hoffen natürlich, dass du weiterhin in allen Disziplinen so facettenreich und erfolgreich bleibst. Liebe Lisa, herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke in dein Leben, auch als Sportlerin, aber auch als Mensch und natürlich viel Erfolg, viel Gesundheit und jetzt einmal alles Gute für die Erholung. Danke dir. Sehr gern, danke. Ja, das war es von uns, vom Sportrapport. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und Lisa Hauser näher kennenlernen können. Wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Sportrapport mit dabei seid. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns,